wenn man ein truppen Mitglied neid schnitt MAHN MAN FACK Oh ich hab... Na wie soll ich so mit Dark reden? Wir sind bei mir in Charlie sind in Alpha Du wirst auf einen LTS mit ihm Ja, aber wir sind in einem anderen Channel wegen Aufnahme Wispern? Kann ich nicht Technisches Verständnis und so Ja eben, ich bin ein Lappen Ach gut, ich soll dir mal sagen, das liegt an dem Drecks-Internet Wer sagt das? Weil da kann er nicht wispern Warum wispert er nicht mit mir? Ja, weil du nicht zurückwispern könntest, wenn du nicht in der Lage bist ne Wisperliste zu bedienen Ja eben, aber er könnte mich doch anwispern Ich könnte ihn hören und dann könnte er mir das sagen Oder nicht? Ja stimmt, aber du kannst ja nicht antworten Das heißt, da kann kein Gespräch entstehen Ich will ja auch nicht mit ihm reden Ich wollte es mir nur hinweisen Bitte stehen Ich könnte nur über das Platoon antworten So ist es ja nicht Tschüss Nääääääääää Engelserl ewig er wurde halt gerettet weil du ihn nicht verteidigt stirbt da ich habe ein neues spiel gefunden das müsst ihr euch runterladen transport irgendwas heißt das was das für ein bolsch mit zu raumschiffen ist cool irgendwie noch was anderes wie raumschiffe spielen ja napoleon total war napoleon habe ich heute ganzen tag heute morgen gezockt und gestern und mittag das ist auch cool das gefällt mir auch ich finde es jetzt sogar ein tick besser als total war weil ich mag einfach diese linien infanterie und so mit den kanonen und mit dem mit den ding besser sind sie besser umgesetzt finde ich weil die katapult ist ja manchmal doch ein bisschen baggy so vom schuss dinger her von der schuss bildern übrigens den anderen generator wieder repariert und von welcher welche was für eine qualität du spielst wie welche qualität ja grafik ein sehr auf einer guten spielt ich habe ja ich habe apropos ich habe mir das neue die neue grafikkarte und den neuen arbeitsspeicher bestellt wenn jemand eine 660er gtx braucht gut eingespielt ja nein ich sage es ist unsere zuschauer kann er sich gerne melden oder ich poste die ebay kleiner zeiten link in die beschreibung dann könnte sie abkaufen 90 euro 60 ist gut oder 90 euro ist okay für eine zwei jahre alte grafikkarte ich muss schon fragen ja frage aus wenn ich frage ja gerade in die gruppe rein also da mal diskutieren ja da was würde wie würdest du sie anbieten sie hat 180 160 gekostet das ist jetzt zwei jahre alt halt ja zwei anderthalb zwei jahre und welcher ist das die gtx 660 auch scheiße tot mich hast du jetzt geholt ähm ich wusste dir die gtx 87 von jane ward für eine gtx 660 gtx 660 nur so ähm oh gott wie heißt sie denn auch scheiße schon wieder tot wahrscheinlich die windforschung ich bin doch kann sein ich bin mir jetzt gerade nicht sicher müsste ich kann jetzt ja schlecht nachgucken ja 90 euro ist es noch zu teuer glaubt das akzeptablen preis ich weiß nicht ganz genau was wenn sie noch die werte bringt ja natürlich also sie ist einwandfrei nicht eingeschaut durch gepflegt wird immer schön abgestaubten alles und wird nie ist nicht overclocked nie am limit gefahren also sie ist immer unter 60 grad geblieben 90 euro lächst du da eindeutig unter dem preis also ich kann ich noch mehr dafür was was für was wieviel steht es in dem momentan bei ebay kleinanzeigen drin also 135 100 115 100 575 150 140 gebraucht 89 140 130 100 120 ja die sind alle gebraucht 120 auch geiler kann noch was für den preis würde ich nicht kaufen da würde ich mir keine neue holen ja 100 euro wenn sie einfach mal zu unseren zuschauen haben möchte der link von ebay kleinanzeigen kommt in die beschreibung rein oder auf die seite irgendwo schreibe sind dass es lesen könnte preis der b ja alles noch ist es mache ich sogar werbung für das ding hier schießt auf einen und dann ist das sehr genau in mich rein der mann kommt also mann unser ein truppen mitglied nein schwer mal anfang heute hat einen hunderter von fu weg geholt aber dann habe ich 24 gb arbeitsspeicher das neis kann ich sogar unseren server ohne probleme hosten hoffe ich ja für mich 24 gb holte ist ohne probleme geht und das ist ja noch 2133 arbeitsspeicher also das schon eine der schnellsten das ist das ist mir auch immer sehr wichtig wir müssen diesen scheiß generator halten wir uns nicht gleich wieder auch man schon wieder überfallen ist habe ich eine 1er grad der scheiß heute bevor wir nicht machen 1er kommen würde nachdem ich am anfang sechs mal von hinten erschossen wurde als ich aber gleich wieder auf 1 und jetzt überfährt mich schon wieder ein verbündeter halb da hat sie ja von orif dankeschön meine freis mir kommen einfach nicht in die die base scheiße könnte ich machen ja ich habe sogar ein shortcut für einen channel da oben da rein zu schreiben was heißt ein shortcut das hätte ich auch gerne sehen oder klicken das nur wieder die speziellen nirgends kannst du auch machen nirgends fach ist mir schon wieder tot aber das ist das ist mit deinem technischen verständnis immer so schwierig ich habe bei dem richtig gern rechner wieder geht das ganze sein tf auch nicht besser von nein nein das liegt aber immer für sie ist besser denn dein pc ist dann besser wenn du bessere teile reinbaust ja aber es ist ja so schweineteueres zeugs das stimmt auch noch ein einschuss das ist ja so schweinig geld kostet aber warum was macht ich nicht alles okay drücke weil ich habe irgendwo in den spion hatte doch markus hat ein spion gefunden was ich dachte schon mal was genau gesagt hat hat man ja so ich habe mit schneller sind dann das ist noch die eine auf die auf den generator bei mir das ist mir auch sehr wichtig ist dass ich jetzt schneller ändern kann wo pushen sie auf den generatoren westen kaputten ja einer ist da und eine max die war so blöden hat die spon piken angegriffen ja die hat auch zerstört kann mein druck nicht mehr einsparen ja aber ich habe die max gekillt auf jeden fall ich weiß ich bin heute richtig schlecht irgendwie das gefühl gehört dass ich glaube ich noch nicht ganz durch es klappt alkohol noch ein bisschen nachwirkung hat man eben ist richtig schlecht was da und ich habe gegnerisch ins andere in die luft gejagt und kills damit gemacht mehr habe ja finde ich auch schön schön gemacht schönes ding ist auch noch eine max und schwere und da trimmst du wieder ein paar max ist am arsch und back y bus 100er red oktober weggeschnitzelt ich habe auch ein der y-buss